Ich muss hier weg. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn, ne? Ich will Fägelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Wir sprechen ein andermal darüber. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!